In dieser Aufgabe musst du die Konzepte von diesem Kapitel geschickt einsetzen. Deine Aufgabe ist es, ein kleines Spiel zu programmieren. Schauen wir uns das Spiel an. In dem Spiel gibt es einen Startknopf und wenn man auf diesen tippt, beginnt das Spiel. Das Ziel des Spieles ist es so lange wie möglich mit dem UFO auf dem Planeten zu bleiben. Für dieses Spiel brauchen wir somit Schleifen, Sensoren und müssen auch Nachrichten verschicken. Bevor du mit dem Spiel anfängst, überlege dir wie das Programm aufgebaut werden muss. Zuerst muss nur mal der Startknopf gezeigt werden. Erst wenn dieser angetippt wird, zeigen sich die anderen Objekte. Der Planet muss sich fortlaufend bewegen. Wie genau und in welche Richtung bestimmst natürlich du. Das UFO muss dann mit Hilfe von Sensoren gesteuert werden. Hier kannst du das Spiel natürlich schwieriger machen, indem du z.B. die Werte von den Sensoren vertauscht, verstärkst oder auch verringerst. Probiere es aus. Natürlich kannst du auch eigene Objekte einsetzen. Gutes Gelingen mit dieser Aufgabe. Und ich freue mich. Vielen Dank.